So, wir sind hier am Start. 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 Stevie ist vorne. Auf sein Honda. Oh, Stevie ist so aus wie an. So ein Pech aber hoch. Gibt da schon ein Heidecke wieder locker vorbei. Roxen. Ja, kein Roxen. Da kommt Stevie. Greif schon wieder an. Nein, Heidecke. Nein, Heidecke. Von da. Ja, kein Roxen. Ja. 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 Ja, ja. 1,61 m groß war. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Steven Birko führt das Rennen an vor Ken Roxen Wie immer noch vorne hier im zweiten Laufe locker hoch Und der hat es lieber in Wetter Fast zwei Seiten Vorsprung Kein Rotzier ist nutzt Das war's hier im Loko, der DFM 2007 Das war's hier im Loko, der DFM 2007